ja hallo zusammen es schneit ausnahmsweise mal nicht es regnet wir stehen hier rum und eigentlich bin ich mir noch so gar nicht richtig klar was ich jetzt eigentlich machen muss gucken wir mal was da soll ich hin na dann dann mache ich das doch mal ja es sieht jetzt ein wenig nach stress aus und zwar sozusagen im holz da ich habe jede menge geschlagen stacheln gehen schneller als breitspitzen darauf sollten wir uns konzentrieren naja sie denken zumindest taktisch aber gut soll uns jetzt erstmal nicht tangieren es ist dann da drinnen wenn uns das hier schon so einladen geöffnet ist wenn sie helfen möchten sie weiter nach unten ins dorf gehen ich weiß sie wollen helfen aber ich muss hier fertig werden wir da noch ein schwieriger winter für mein volk mittlerweile gibt es mehr tode als geburten und die jüngsten werden mit der zeit immer rastloser ich sehe wie sie in den himmel schauen wenn ein flugzeug über uns hinweg fliegt voller erstaunen und sehnsucht sie stehen noch immer für unsere sache ein aber ich spüre dass veränderungen nahen das ende unserer lebensweise steht bevor letzten invasoren schon fast vergessen aber andere werden den weg in unser tal finden wir sind an das schicksal dieses ortes gebunden auf gedeih und verderb na dann heißt so viel wie weg gehen wird jetzt gerade mal nichts das kann ich da kann ich den anquatschen auch nicht jetzt erstmal wirklich zum ziel wenn keiner hier mit mir reden will hat er aber ich habe keine zeit oder nein rein gar mischt selbst hier muss man rum öpfen warum macht man das so schwer ich hätte wahrscheinlich einfach haben können sehe ich gerade mal so komm mal nur zurück lalalala könnte da oben noch mal gucken ich möchte helfen was kann ich tun wir wollen möglichst viele der türme verstärken sie wurden letztes jahr bei den überschwemmungen stark beschädigt die reparaturen laufen schon aber ich brauche weitere nachschub aus dem tal wenn wir die türme reparieren können sind wir den eindringlingen gegenüber im vorteil und können die oberen ebenen der zerstörten türme erreichen helfen sie uns ich sag mal ja ich glaube ich soll wohl bambis bruder klatschen oder so ähnlich mal sehen ob das hilft nicht so wirklich oder vielleicht wenn ich näher hier dran stehe ja so 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 das haben wir da blümelis nehmen wir da hätte ich auch runter gekonnt naja schauen wir erstmal hier stehe ich da nicht nahe noch dran ja sie ist sowohl geht doch schon gut dass sie da waren um für mich zu bürgen meine leute kämpfen seit jahrzehnten gegen die gewohnheit legt man nicht leicht ab vielleicht können sie ja bei den vorbereitungen helfen ein bisschen harte arbeit kann schon viel vertrauen bewirken mal sehen was ich tun kann ja die richtung ist schon gut nochmal feile nehme mit ein kistchen drei von vier da sage ich mal na dann gucken wir uns mal hier um ja ja okay da unten muss ich irgendwie mal hin was hat da geleuchtet da hat doch was geleuchtet habe ich doch richtig gesehen also mehr so in die richtung gehender weise ich brauche auf jeden fall höchst fälle nehmen wir das immer nicht mehr naja schon zu weit gerannt ach ach man wer hat denn gesagt dass du wegrennen sollst ja blödes vieh toll danke okay dann muss ich da wo wieder hoch kletter 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 ja hallo ja ja sonst noch was ach herrje ja 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 irgendwo ein eingang den ich sowieso nicht finde muss ich dann da hin dann werde ich mich da doch nochmal umgucken weil ich glaube dass da noch was zu finden ist schauen wir mal da bin ich dann hallo ha sie gucken wir uns doch nochmal darum ja 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 so hier ist ein eingang aber da komme ich nicht rein sehr lustig sehr lustig ja ich kann da unter durch ja das muss einem ja auch gesagt werden ja 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 ist ja gut ich habe nicht genügend teile das ist mal richtig doof okay jetzt jetzt недавно ja jetzt Shit Shit, 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 shit Oh, 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 oh Wieder raus, da raus, da lady Holla, die Waldfee Na, jetzt bin ich draufgegangen, na super Ich hab keine Teile mehr, ich fass es ja nicht Das gefällt mir mal gar nicht Wo bin ich denn jetzt hier? Äh, hier bin ich Was, hast du mir da eben angezeigt? Na, das wollen wir jetzt mal nicht Na, ein Träumchen, dass ich keine Teile mehr habe Mal gucken, ob hier irgendwie sowas rumliegt Nein, war ich noch nicht Viel wichtiger ist Ich brauch Teile Hier ist nix Kommen wir hier Kinder Ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz Und hätte nichts mit der Jagd zu tun Das ist eure erste Lektion Alles ist miteinander verbunden Und ich habe immer recht Die Schlauen hinter euch Die ihren Irrtum eingesehen haben Und dies lesen können Erwartet nun die erste Aufgabe Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf Und bringt mir sein Fell Hasen sind überall anzutreffen Bei Tag und Nacht In unserem Tal sind sie braun Und in den Bergen Schneeweiß Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen Regen treibt sie in ihre Baue Und wenn ihr Ratten sucht Schaut in den Ruinen Oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei Aber bitte bringt mir keine Ratte Hm Hier ist aber auch nichts Aber so rein gar nix Aha Interessant, interessant Aber Okay Ich brauche ein Atemgerät Das ich nicht habe Ein Träumscher Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Jetzt habe ich das mit dem Tauchsprung Irgendwie nicht wirklich gelesen Ich glaube ich lasse das erstmal Ich wüsste jetzt gerade nicht so Ja ja Ich kann mir vorstellen Wenn das hier irgendwo ist Da kann ich nicht hoch Liegt aber auch nix rum Sonst liegen überall diese Sachen versteckt Und liegen hier rum Aber hier ist jetzt ja mal Das war aber ja klar Ich komme in die Bedrängnis Nimm mich doch mal die hier Ach du Schande Der sieht groß aus Der sieht groß aus Eieieieieieieieiei Eieieieieiei Ja, komm zu Mama. Autsch. Das sollte man nicht allzu oft tun. Das sollte man nicht Telefonkling. Es geht nicht um... ... uns die Schmutzung zu tun. Ich nein, das ist die Schmutzung. Wenn... Untertitelung des ZDF, 2020 mann 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 kriegt ihn heute auch noch mal tot also was haben wir denn hier noch ein paar pilzken da bin ich erfülle das was ich brauche finden wir hier nicht so so super ist das frustrierend wenn man die hälfte nicht erreichen kann naja ich begebe mich dann erst mal wieder auf die hauptfest ja super melde mir das noch doch noch 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 einfach mal 5000 mal mehr naja umdrehen und dann machen wir sie vom acker bärli ist tot jeder wenige munition verbraten das was ich brauche habe ich nicht gefunden naja habt das schon kapiert wir sind ja drüben das kann man sich ja eigentlich auch mal anschauen naja toll ein lässt sah so verlockend aus als wenn ihr irgendwas interessantes wäre aber offensichtlich nicht ja ja jetzt muss ich noch immer diese kamera wechseln dann gehen wir da mal hin wenn es da schon so offensichtlich leuchtet ups naja war zwar so nicht ganz gewollt hier liegt auch nichts rum was wir brauchen können das da drüben verlangt ja ja naja aha hier ist auch mal nix zu da könnte was sein munition das was ich jetzt gerade nicht braucht das ne 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 ja aha aha ist jetzt die frage ist jetzt die frage ja na Pfeile, na toll. Pfeile, na toll. Na, die sind ja hochmotiviert. Was ist das denn, sei denn, ist denn das... Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst. Guter Wille allein reicht dir nicht zum Überleben. Hallo. Seid ihr sicher, dass das Pfeil anhalb hängt? Ich hoffe, Sie können mit dem Problem es die Letzten sehen sollen. Ich habe gar nicht mehr ausgekriegt. Selbst wenn nicht, der Gestank allein müsste reichen, um sie zu vertreiben. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Ich sollte jetzt herkommen, um mir das Geseierer von ihr anzuhören. Naja, ich weiß ja nicht. Naja, zumindest kann ich jetzt wenigstens einmal wieder Verbände herstellen. Ah ja. So wirklich was gerissen haben wir ja nicht. Bzw. ich nicht. Ihr seid unschuldig. Aber ich kann hier zumindest irgendwas machen. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Oh Gott, es passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt, statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Naja, wieso sagt er mir dann das da? Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Ich probiere das ja einfach mal. Ja, ihr Lieben. Und für heute ist dann auch mal Schluss mit lustig. Wir gucken mal, wie wir beim nächsten Mal weiterkommen. Diesmal war das Hallo Huhn. Dieses Mal war es ja nicht so wirklich effektiv. Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst einmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020